Viele an Bord. Shepard! Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hinten. Wie schlimm ist es? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet neun oder zehn mit einem Angriff. Das ist ein Gemetzel. Kein Krieg. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Tun Sie Ihr Bestes für Sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ganz ehrlich. Es war hart. Vergessen Sie bloß nicht Luft zu holen. Und nicht nur, weil diese Leute Sie brauchen. Ich brauche Sie auch.